welcome back werte survival fans da draußen vor euren bildschirmen zu einer weiteren sonnigen folge sunkenland schön dass du da draußen wieder mit am bildschirm klebst und ein großes dankeschön geht raus an die leute die das letzte video positiv bewertet haben vielen lieben dank an dieser stelle ja leute ich habe jetzt hier oft noch mal ein bisschen eisen ran geholt und kupfer ja so hat sich einiges hier angesammelt ich habe auch schon ein bisschen was eingeschmolzen denn wir wollen ja heute im grunde wieder ein bisschen fortschritt machen indem wir den stahlofen bauen dann können wir jetzt gleich mal hier reinschauen stahlofen braucht ein bisschen eisenbahn elektronische teile und die fortgeschrittenen teile so barren habe ich wie gesagt schon mal gemacht wir können aber natürlich nebenbei immer mal wieder was in den alten ofen reinwerfen schadet nicht so dann brauchen wir das hier wir haben gar nicht mehr so viele von diesen fortgeschrittenen teilen das ist ein bisschen doof aber gut so muss ich halt dann noch mal irgendwelche heran holen was war das jetzt noch elektronisch haben auch nicht mehr so viel aber ich denke mal es sollte für das vorhaben reichen diesen stahlofen zu machen alles andere ignoriert jetzt erstmal gekonnt und dann schauen wir mal eigentlich wäre es cool wenn wir zwei davon bauen können stahlofen ja da ist es nämlich da geht es nämlich jetzt schon wieder los scheiße ich brauche mehr elektronische teile krass was war denn jetzt noch mal die anlaufstelle für elektronische teile müssen wir wohl noch mal los aber vielleicht können wir ein paar neue waffen mitnehmen ich denke mal das sollte ausreichen hochgedrückt wir machen mal das defekt der lw also hier einmal das lw 59 und einmal die us 45 dann können wir die pistole nämlich zu hause lassen das heißt ich brauche hier ein paar waffenteile eisenbahnen klebeband und komponenten haben wir ja mehr von eisen so teile habe ich hier das war jetzt einmal das hier die hier na was die hier smg schienpistole die hier war es m16 spare ich mir jetzt erstmal noch auf der smg was sind das andere ach so passt oder oder täubungs smg das müsste schon eigentlich korrekt sein wir werden es gleich sehen so brauchen wir einmal das hier tatsächlich us 45 habe ich die gar nicht auch jung die habe ich ja noch gar nicht betäubungs smg macht wie viel schaden auch pistolen munition machen wir doch die erst mal was ist das dann kaputte maschinenpistole hier 28 schaden macht aber 32 ja dann machen wir mal hier die dann smg so ist raus geil heißt die stolle kann ich erst mal ablegen so das hier mit rein was gibt mir unten aber so langsam der platz aus na jetzt muss ich die axt fast raus nehmen dann die hier mit rein geil da werde ich mal ausprobieren welches an sich als gewehr also die laufen wir beide mit gewehrpatronen welches an sich besser ist muss ich mal rausfinden so kurz das ist raus das können wir rausschmeißen sodala dann schmelzen wir noch mal ein bisschen weiter ein hier legen die komponenten ab und alles andere was wir nicht brauchen so hervorragend was zum futtern brauchen wir noch habe ich nicht noch irgendwo habe ich keine erbär mehr auch hier erdbeer samen was habe ich mit meinen erdbeeren gemacht jetzt ich glaube ich baumwolle angepflanzt wegen rüstung nochmal hier wieder schön erdbeeren ja noch mal baumwolle war ja jetzt habe ich nur eine erdbeere gemacht aber man ist bei jedem ding wieder dann ändern na egal wurscht so ist wieder weg können wir ja fast nur mal gucken bei rüstung ich habe polizei ne 30 25 armee weste kostet stahl taktischer kostet auch stahl ja so wie es aussieht gehe ich jetzt erstmal wieder mit dem los was ich gerade habe munition wie schaut es denn da eigentlich aus liegt da noch irgendwas schönes rum das tolle ist voll ich sollte vielleicht noch ein bisschen gewehr machen kupfer und das komische zeug wäre nicht schlecht wenn ich das nochmal voll mache 30 darunter gezogen ja sollte reichen da bin ich zufrieden aber ich frage mich trotzdem habe ich die echt aufgegessen die erdbeeren scheint wohl so das gehört da gar nicht rein hm was nehmen wir dann mit suppe ja erstmal vielleicht so ein paar zitronen können wir uns jetzt noch ich muss echt mal wieder kochen so wie es aussieht dann nehmen wir erstmal fertig vor da da ein bisschen was da ein bisschen was ist immer soweit erstmal voll es kann halt durchaus sein dass wenn ich jetzt losfahre ich dann gleich angegriffen werde denn während meiner eisenfarmerei wurde ich nämlich nicht angegriffen es kann also durchaus sein dass es dann gleich wieder passiert ok aufgefüllt habe ich alles wo habe ich denn meine lampe wo schlampe ah da sind meine erdbeeren chillig ach ja hier hatte ich so ein bisschen ausrüstung reingeworfen alter mit diesem standard inventar ist mir jetzt schon richtig voll ne ok sonst war hier nix mehr die hier ist ja dieselbe ist drum 3 das passt tauchscooter ist nur zur hälfte voll naja ich weiß gar nicht wo wir jetzt hin wollen insel eher statt tauchen hätte ich jetzt mal gesagt verband und ja Antibiotika habe ich ja falls was sein sollte ich glaube dann sind wir tatsächlich ready nein sind wir nicht Bettzeug sollte ich noch mitnehmen ohne Bettzeug gehe ich nicht außer Haus so aber nu so der Puff dann essen wir dann erstmal die Zitronen auf hätte ich gesagt schaut es denn hier aus Kiste ist leer super aber wohin heute das ist die Frage wo wollen wir hin wollen wir heute mal ein bisschen längeren Ausritt nochmal machen nochmal irgendwas unbekanntes aufsuchen grundsätzlich hätte ich schon eher Bock heute auf eine Insel muss ich sagen ich fahre genau ich fahre wieder genau in die andere Richtung links rum erstmal ich meine wir hatten zwar glaube ich in der letzten oder vorletzte Folge nochmal ein paar Dinge an sich aufgedeckt und sind einfach weiter gefahren da war glaube ich auch was interessantes dabei aber warum nicht gleich noch mehr aufdecken so das war das Parkhaus die Insel hatten wir eingenommen auch elektronische Teile da frage ich mich halt wo findet man am besten elektronische Teile eigentlich ja beim Tauchen glaube ich wenn man ja ich glaube in der Raffinerie war es ganz gut aber die haben ja schon abgegrast jetzt haben wir hier noch Gummienten Insel die ist ja hier ist ja noch richtig viel offen ja dann machen wir das mal so ein bisschen gucken wir einfach mal in diese Gegend das waren die versunkenen Hochhäuser da denke ich mal kann man dann ganz unten was finden in den tiefsten Tiefen so was haben wir denn hier so schön das ist die Brücke wir können ja mal kurz rein luren oh da sind ja ein paar Leute oben das ist ja wie komme ich denn eigentlich da hoch darüber ja ja ist ja gut ich verschwinde ja schon im Tauchen gibt es dann wahrscheinlich hier nicht wirklich was Brücke oh das ist alles hier alles erobert ist das denn ein Eisberg ist auch eine größere Insel da hinten kurz nochmal ein Schlenkerer machen um das hier zu offenbaren nur mal schnell Hallo sagen Äschbund Vorposten die Jägervereinigung ja sieht auch interessant aus der Eisberg ich denke da werden wir wahrscheinlich nicht viele elektronische Teile finden aber wir können mal kurz rein dippen aber wir können mal kurz rein dippen Mensch hier ist ja gar nichts auf dem Eisberg dann eher okay wir haben hier ein Eisberg aber das bringt rein überhaupt gar nichts yay okay aber der wird ah vielleicht ist das mal irgendwann Story relevant wenn meine Story droppt so ist jetzt die Frage hier oder hier wir streifen kurz mal die Insel dann wird es aber wahrscheinlich diese hier werden ach ja und jetzt oh Mist jetzt habe ich es fast vergessen aber ich habe es vergessen hier hat nämlich ein Zuschauer gesagt ich kann mein Boot reparieren oder sollte sogar mal mein Boot reparieren was ist das hier für eine Insel wird die schon aufgedeckt nee die wird gar nicht angezeigt mit Metallmine das klingt aber sehr verführerisch auf jeden Fall kann man anscheinend sein Boot reparieren habe ich gelesen Boot anschubsen, fahren Treibstoff ich meinte wenn man hier irgendwie guckt naja wahrscheinlich braucht man da den Hammer dafür dass das vielleicht angezeigt wird weil so an sich sehe ich jetzt auch keine Lebensanzeige des Bootes ne nur Treibstoff naja muss ich wahrscheinlich mal den Hammer in die Hand nehmen und dann mal gucken so es wird dunkel jetzt bauen wir erstmal hier sind die Sklavenhändler Bettchen so ja ist klar schon noch ein bisschen raus oh Gott jetzt komme ich da nicht hoch komm schon jetzt da hat sich auch noch nichts geändert kein Patch gekommen dass man da irgendwas anderes aktivieren könnte naja gut dann schauen wir mal was uns hier erwartet neue Waffen sind am Start einmal das G-Wear oh yeah baby probieren wir erstmal die hier aus das Betäubungs-SMG au ey oh das ist schnell das schießt richtig schnell I like aber dadurch dass die Patronen schnell rausgehen oh da brauche ich irgendwie noch einen das macht jetzt aber nicht so krassen Schaden oder andere okay wir probieren mal das andere das Gewehr ja okay ich muss mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen die schießen beide sehr schnell dementsprechend wenn man nicht gut aimt verliert man halt sehr viele Patronen in schneller Zeit ich gehe jetzt erstmal wieder aufs alte Gewehr alter wo denn hier gut zielen muss ich Eieieiei Antibiotika wird reingepfiffen ein paar Erdbeeren ah ne Zitrone haben wir gesagt so da braucht man das lange Strecken-Gewehr also es geht nichts über das Gewehr bisher ich meine hier mit dieser Pistolen-Munition mit der Waffe hier können wir schon so ein bisschen auch mal daneben aimen da haben wir ja an sich auch zu Hause noch einen kompletten Stack Munition was das angeht dabei habe ich es leider nicht und so wie es aussieht ist es auch schon leer das ist halt ein bisschen doof ja und das hier weiß ich nicht ne es ist gerade echt irgendwie lieber so mal schauen ob noch irgendjemand da ist die haben sogar Kameras die Banausen hier zeig dich alter one shot krass Entschuldigung wo ist hier das Lager für elektronische Teile habt ihr da sowas alter der aim der nervt ich hab sieben Schuss das ist doof da muss was schnelleres her na super ne also das Gewehr taugt mich oh scheiße jetzt ist wieder die Frage welches Bett Leute was ist das hier oben als letztes das ist doch andere ich hasse das oh Leute wie viel muss ich denn jetzt schwimmen das kostet der Helikopter Stahl hab ich nicht scheiße elektronische Teile fällen oh nein das muss ich da wieder rüberschwimmen naja dann wird es wenigstens dann Tag na alles klar Leute wir sehen uns gleich wieder brrrr oh Gott ist das kalt dieses Wasser gut Leute ich bin jetzt wieder zurück das heißt wir gehen jetzt einmal pennen so perfekte ok ist auch wieder warm Munition habe ich jetzt nochmal mit eingesteckt für die Pistole Gewehr habe ich jetzt erstmal nichts gemacht äh ich brauche jetzt erstmal meinen Loot weil ich brauche Erdbeeren also ich muss so in diese Richtung hier ok eigentlich bräuchte ich hier irgendwas wo mehr Autos sind au da bist du Alter ich blute Moment 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 Lass mich looten das nehmen äh 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 dies das fertig puh ok dass diese Fässer nicht explodieren das finde ich ein bisschen schade Kumpel war er gerade da oben ist auch noch einer komm her so Treffer so down okay cool kurz mal Ruhe dann muss der da oben weg ne der hat mich schon im Blickfeld Alter wie viele hier sind krass wollte ich jetzt eigentlich ein Zielfernrohr für sowas Treffer ich glaube der ist down ja wenn sie sich nicht bewegen dann treffe ich auch ganz gut welch Wunder ok ich weiß nicht soll ich schon mal so anfangen zu looten aha ein Fernseher wie cool ist das denn aha schillig Stehlampe auch mal gelernt und eine Tischlampe ja keine Ahnung die werde ich wahrscheinlich dann zwischenzeitlich mal aussortieren hier haben wir nur Metallschrott Metallschrott oh hier das könnte noch interessant sein elektronische Teile ja ja immerhin zwei warte ich muss hier mal kurz erstmal ja das reingepasst tatsächlich cool das weg komm scheiß auf die Lampe das ist eh nur so eine billige Ikea Lampe Stoff haben wir auch genug dann brauchen wir jetzt eh erstmal was zu fudern ja hätte ich eigentlich schon wieder Zitronen essen müssen naja gum gum ja ein Stack können wir ja vielleicht mitnehmen bisschen gum gum ein fetter Bagger fette Bagger aber kann man den fetten Bagger auch ausnehmen natürlich wieder nicht naja was meint ihr wie viele elektronische Teile da drin wären sei mir nicht vergönnt also ich denke mal vielleicht wenn wir hier oben dann schauen gibt es auch nochmal einen coolen Loot hier unten das möchte ich noch mitnehmen ist eigentlich auch immer ganz cooles Zeug drin naja streift der Teppich allerdings Teppich oh Kisten 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 oh geil Muni ist schon mal geil okay richtig guter Stuff mit drin ich weiß nicht braucht man eigentlich so viele Teile von so Waffen und sowas eigentlich nicht oder braucht ihr immer nur einmalig bisher vielleicht kommen auch später irgendwann noch Waffen hinzu wo es dann heißt da brauchst du drei Teile von das ist ja echt ein bisschen mager was elektronische Teile angeht schade so ich muss mal wieder ein bisschen Pistel Muni rausballern das ist hier eine magere Rausbeute da war ja nur Metall brauche ich gar nicht weitermachen da brauche ich nicht weitermachen da haben wir noch ein bisschen Medi Zeug das war auch nicht so wichtig ja so langsam wird das Looten an sich auf Inseln auch eher so ein bisschen ja ich weiß nicht also du bist eigentlich dann immer nur wegen ein zwei Sachen unterwegs die du suchst eigentlich hätte ich mich dann auch spezialisieren müssen dass ich sage ich nehme irgendwas irgendeinen Tauchspot wo man davon ausgehen kann dass man halt viele elektronische Teile kriegt irgendwie so ein Autoschrottplatz oder sowas das wäre dann wahrscheinlich sinnvoller gewesen als jetzt hier rum zu geiern das meiste brauche ich halt einfach nicht Premium Kabine okay und ein schick Minirock in rot sogar ein roter Minirock wie sieht denn der aus als ob der rot ist als ob der rot ist kannst du behalten wo ist jetzt meine schicke Hose hier ist das noch eine normale das ist schon zwei okay Tresor ist schon wieder ein Tag vorbei das Teil Kronleuchter weiß ich gar nicht ob ich schon habe dann sehe ich schon im Augenwinkel eine wunderschöne Waffe die ich natürlich schon benutze selbstverständlich was sonst also eigentlich ist hier nur die Uhr interessant ich bin hier falsch das ist der falsche Ort klar ist auch eine Metallmine ich sehe nix zu düster ich sehe nix komm heim mal ein bisschen schneller das dauert ja ewig habe ich noch ein bisschen Licht in der Lampe aus aus ich sehe nix ist ja dumm jetzt hier im Inventar abzuhängen wo ist er komm zeig dich mal lag ist er verblutet gotcha fresher Ring bisschen Money und Gewehr ja das hat die Frage brauche ich den ganzen Scheiß aber das war jetzt arm diese Insel war sehr arm heute nicht so erfolgreich leider naja vielleicht werden wir jetzt noch hier ein bisschen rumcruisen nehmen wir auch irgendwie ja einen Tauchspot mit schmeißen wir mal alles rein Lampe ist eh auch durch das braucht kein Mensch hier ja aber kann man jetzt erst mal so lassen hätte ich gesorgt können ja nochmal schauen ob wir schon pennen können es ist 20 Uhr eigentlich die perfekte Zeit um schlafen zu gehen in diesem Spiel zumindest aber natürlich ist noch lange keine Schlafzeit selbstverständlich hm ja blöd tauchen können wir dann dementsprechend auch gerade nicht nach Hause fahren will ich jetzt aber eigentlich auch nicht da will ich mal sagen damit wir irgendwie einen gewissen Erfolg für heute haben deckt mir einfach nochmal ein bisschen die Karre auf ist halt heute nicht wirklich was passiert ich denke mal da habe ich jetzt auch kostbaren Sachen noch liegen lassen und nicht gefunden irgendwie coolen Kisten aber keine Ahnung ich brauche halt jetzt eigentlich mehr elektronische Teile das heißt ich brauche eigentlich ein Autofriedhof und nicht hier irgendwelche besetzten Anlagen seitdem die Anlage an sich sagt irgendwas aus dass man halt elektronische Teile dort findet Basis der Eisenhelme also da brauche ich selbst nicht rein aber krass wir haben jetzt dann so langsam die ganze Karte aufgedeckt wenn wir es mal jetzt durchrechnen gehen wir mal davon aus ich baue einen Ofen so brauche ich zehn elektronische Teile neun hatte ich zu Hause zwei habe ich in der Tasche also der ist schon mal drin aber wenn ich dann den Heli bauen will brauche ich nochmal zehn Teile oder jetzt hier das bessere Boot auch nochmal zehn also ich muss wirklich viele Autos finden elektronische Geräte aber guck mal hier das sieht aus wie eine Yacht irgendwie in der Form weiße Klippeninsel ok da scheint jetzt nicht wirklich was los zu sein würde ich jetzt mal behaupten ganz frech noch irgendwas hier oben noch zwei Punkte ah nee das war hier einfach nur ein Stützpunkt ok eine Yacht wäre natürlich auch geil so eine alte Yacht eine Riesen Yacht wie heißt es AIDA AIDA Traumschiff Reisen irgendwie hier gestrandet finde ich natürlich auch sehr interessant ist aber nicht das heißt eigentlich das Highlight jetzt in diesem Spiel wird es noch im Grunde sein den Healy zu bauen und das so rum zu cruisen und ansonsten äh es ist ja im Grunde jetzt hier dann nur die ganzen Inseln erobern grüne Insel um einzunehmen mehr ist es dann im Grunde gar nicht dann sind wir mit dem Content eigentlich schon durch hier haben wir noch drei Punkte nehmen wir noch schnell mit oh ja das sieht tatsächlich sehr interessant aus hier Innenstadt aber natürlich sind auch hier Feinde so zwei Punkte noch nehmen wir erst mit das hier mit muss man schnell was schauen Kraftwerk ha das denke ich mal wird unser nächstes Ziel werden Leute ein Kraftwerk hört sich nach elektronischen Teilen an nehm ich mit Außenposten so dann fehlt uns jetzt hier von den Fragezeichen hier nichts mehr und die Sonne geht auf ist eigentlich perfekt dann würde ich mich jetzt einfach beim Kraftwerk erst mal parken und dann gehen wir in der nächsten Folge dort einfach ein bisschen tauchen in der Hoffnung elektronische Teile ranzuholen müssen wir jetzt Pi mal Daumen vor Ort sein ist auf jeden Fall ein größeres Gebiet hier unter Wasser ihr könnt es ja kurz mal rein dippen was uns in der nächsten Folge erwartet ja sieht auf jeden Fall interessant aus und der Hai muss noch weg ich habe meine blöde Axt nicht ausgerüstet Mist gut Leute schnell aufs Boot und dann sage ich schon mal jetzt Dankeschön fürs Zusehen wenn es euch gefallen hat auch wenn nicht viel passiert ist einmal den Daumen nach oben und kommentieren und ja ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen erfolgreichen und lässigen Tag bleibt sexy und geschmeidig bis zur nächsten Folge Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski